Hallo ihr Süßen, Willkommen zu einem neuen Video. Wieder ein Unboxing der Pinkbox. Den sie ist gerade angekommen und noch komplett gepackt. Diesmal sieht es so aus. Nehmen wir mal die Pinkbox raus. Dieses Mal ist wieder eine Eat Smarter dabei. Und so ein Ding, wie man Anzeichen von Brustkrebs erzettet. Und dann wieder ein Zerlander-Gutschein. Das machen wir jetzt mal alles auf Seite. Jetzt kommen wir zu der Pinkbox. Das Schleifchen machen wir mal auf. Hier Aufkleber. Dann kriege ich den Aufkleber eigentlich nicht ordentlich ab. Bei mir reißt das immer komplett ein. So, dann ist hier wieder die Karte drin. Okay. Dann fangen wir nochmal an. So sieht das jetzt gerade aus. Hier wieder ganz viel Müll. Dann habe ich hier ein Intensiv-Aufhell-Shampoo. Das ist von Provo. Mal gucken. Touch of Silver ist eine Sondergröße. Da kosten 150 Milliliter. Und hier kosten diese 150 Milliliter 4,99 Euro. Und ich blende euch wie immer so ein kleines Bild ein, wo ich euch die Produkte in der Nahaufnahme zeige. Dann kommt mir schon ein Rasierer entgegen. Hier so ein Hydro Wilkinson. Das ist die Originalgröße und der kostet 9,99 Euro. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wie viel, viel Wilder drin ist, damit davon nichts kaputt geht. Ich schmeiße das jetzt alles neben mich. Ich bin schon hier bei den Sachen angekommen. Dann habe ich hier ein Beauty-Drink mit Kollagen. Das ist Beauty-Drink oder Anti-Aging-Drink. Das ist eine Sondergröße. Und davon kosten 8 Stück A 25 Milliliter 12,99 Euro. Was haben wir hier? Dieses Öl. Das hier ist die Originalgröße. Der kostet 4,8 Gramm 3,90 Euro. Das ist ein Lipbalm. Dann habe ich hier von Ola's BB-Cream Hoppala. Off-Foundation. Hier kosten 50 Milliliter 18,99 Euro. Und dies ist eine Sondergröße. Kommen wir auch schon zum letzten. Zwar sind das 3D-Nagel-Sticker. Das ist die Originalgröße. Kosten 16 Stück. 7,95 Euro. Wir können da jetzt auch noch reingucken. Ich kriege das Tesernisch ab. Die Sticker sehen so aus. Ich blende es euch. Unten ein. So. Schmeißen wir jetzt mal. Da sind hier noch Sachen drinne. So, Prospektchen. Von dem Auffällshampoo. Verstrahlendes Blond. Dann von dem Drink da. Und von dem Rasierer. Das war es jetzt auch schon mit der Pink Box. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Ne. Schreibt mir was Liebes in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.